Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich und meine Schwester ein neues Video mit. Tada! Dominosteinen. Man kann die alle so in einer Form hinstellen. Und dann kann man einen so berühren und dann kippen alle direkt um. Dazu haben wir noch ein paar Sachen gemacht. Ich und Sarah haben das gerade eben schon ein bisschen gemacht, deswegen räumen wir das gerade weg. Dann zeigen wir euch mal, was es hier alles gibt. Also es gibt einmal so einen Start. Also Sarah, guck mal. Also da unten ist eine Kugel drin. Und wenn man das jetzt hier so drückt, kommt die Kugel raus und schubst den dann um. Und dann geht's los. Dann gibt's noch die hier. Die kann man alle in eine Reihe bauen. Und hier sind auch so die ganzen wenigen Spalm. Ähm, hier drauf kann man nur die kleinen benutzen. Also kleinere Dominosteine. Zeig die mal, Sarah. Und die hier. Die ist ein bisschen kleiner. Guck einmal die. Und einmal... Was ist das denn? Den? Guck. Den kann man nicht benutzen. Wer guckt? Der ist zu groß. Der passt da nicht rein, sonst geht das kaputt. Und dann gibt's eigentlich noch sowas hier. Dafür brauchen wir aber eine Kugel. Aber das benutzen wir nicht. Dafür benutzt man so eine Kugel. Nämlich die vier, die kleinen. Die sind gerade eben schon verloren gegangen. Mhm. Mama, hat die Sachen aus dem Pferd beworfen? So. Dann fangen wir jetzt an. Man muss die halt eben alle so nach einer Reihe stapeln. Mhm. Und davon gibt's vier. Jeder macht eine eigene Reihe. Sarah macht da hinten. Ich mache hier vorne. Ja, dann könnt ihr uns dabei jetzt zuschauen. So. Da seht ihr jetzt meine Bahn beim Start. Hier. Ich fange an. Ich fange an. So, ich fange an. Wo eigentlich das sind echt kleine Steine, oder? Ja, ich fange mit Grün an. Und mit Gelb. Ich nehme immer Grün und Gelb. Ich sammle hier kurz ein paar. Und weißt du, es gibt sogar Lila. Ja, es gibt sogar ein bisschen Lila. Leider gibt's keinen Pink. Das Lila war ganz unten in der Kiste. Ja. Und dann muss man den hier... Wollt ihr mal? Nein. Das hier Teil so rein tun. Und dann... Und dann... Tadah. Und das macht dann halt eben immer Zeit. Dann nehme ich jetzt noch Lila. Am besten, wenn man so ein bisschen gemacht hat, nimmt man sich einen Stein, legt den so hin. Und falls es dann irgendwie umkippt, kann man das dann nämlich einfach... Kippt nicht das ganz um, sondern nur, dass es davor war. Ja. Was ist das denn jetzt? Ja, ich mach das. Ey, ich will nicht schnell alle Lila wählen. Nein, nicht alle Lila. Das gibt doch wirklich eine Kiste. So. Jetzt holen wir noch ein paar. sogenannt dann schon mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Noch weiter. Jetzt. Guckt. Aber jetzt geht es halt noch nicht weiter. Ja. Tada. Okay, sollen wir mal starten, Sarah? Ja. Ich mach, ich mach. Okay. Also, Sarah, starte. Nächstes starten. Warte. Ich muss die Sterne wegziehen. Nächstes starten. Wir können so ein riesiges Teil machen. Wir müssen mal machen. Und greifen uns sogar im Vier-Eck. Ja, alles kann man damit machen. Okay, das war's dann auch schon mit unserem Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nichts liegt man gar nicht.